Also, GTA Online, ja, das wird auf jeden Fall noch interessant werden. Ich hoffe echt, das läuft. Oh Gott. Oh Gott, ich spiel's ja gar nicht mehr auf der Konsole. Ich hab's ja gerade noch beantwortet. Jetzt hatte ich gerade irgendwie so Angst. Oh Gott, du musst nach die Elgato und sowas alles. Du musst es noch einrichten. Boah, du hörst das Lied gerade gar nicht, Natti, ne? Nee, leider nicht. Oh Mann, oh. Warte, ich richte mir hier gerade schon mal alles ein, lieber Chat. Pan, so mögen wir dich. Wie, verpeilt wie immer. Das ist klar, das kann ich dir nicht glauben. Die Natti immer, die hört sich immer so lieb an und dann haut die immer so einen Kracher raus. Es ist einfach immer so, grundsätzlich, weil dann mit dieser süßen, zarten, beruhigenden Stimme dann immer so. Es ist so, so müsste sich das eigentlich anhören. So, theoretisch. Ich hoffe, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war nicht komplett pleite. Ich glaube, ich hatte noch so ein paar kleine Dollar. Vielleicht kann ich mir ja irgendwas leisten. Aber ich habe, glaube ich, auch noch die Weihnachtssachen vom letzten Jahr zu nutzen. Ich darf mir was an. Ah, ich hoffe, man hört das im Stream gerade mit der Musik im Hintergrund. Passt super zum GTA, auf jeden Fall. Überhaupt gar nicht. Zielmodus ändern? Was? Was, was? Chaos so schwabbelig. Chaos so schwabbelig? Bitte was? Bitte was? Chaotische Streams sind die schönsten. Echt? Ich finde das eigentlich auch. Aber wenn ich Zuschauer bin, nicht wenn ich selber stream. Weiß das da nochmal was anderes? Okay. Ja, ich sehe dich. Juhu! Ich komme mal zu dir. Okay, mach das. Ich habe mein Aussehen ein bisschen verändert. Oh, ich bin gespannt. Soll ich mal runterkommen, weil dann können wir direkt auch ein bisschen einkaufen gehen? Okay. Dann komme ich mal runter. Hast du ein Auto bei? Ich habe nur eins, wo du, glaube ich, nicht drauf sitzen kannst. Aber warte mal, ich bestelle mal ein anderes. Nee, nee, nee. Dann gehe ich in die Garage und komme da mit dem Auto und nehme dich mit. So was du machst? Okay. Okay. Ja. Ah, schön. Oh nein. Bitte Latsch 16 ein. Bitte. Ich weiß nicht, ob der nicht gerade wirklich selber beschäftigt ist. Ich will den jetzt auch echt nicht stören. So, was nehmen wir denn da? Boah, von meinen super krassen Autos. Wow. Hey, ich nehme das Neue. Das, na. Ich nehme das Neue. Ja, ich nehme Lowrider. Oh, das Auto ist aber günstig. Das ist ja echt total toll. Und dann, oh, so teuer geworden. 31.000 habe ich immer noch. Ich kann mir so noch Klamotten kaufen. Nati. Oh, Nati. Ach, wie geil. Geil. Gut siehst du aus. Dankeschön. Wunderbar. Ja, und passend dazu auch noch. Das passende Gefährt ist ja auch sehr geil. Kannst du rein? Nee, steigt. Achso. Ja, du musst auf Beifahrer noch, dass Beifahrer akzeptiert werden. Äh, ja. Warte. Und dann, äh, warte, ich, äh, hab's sofort, Moment. Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich noch. Bei mir steht, der TeamSpeak Client ist abgestürzt. No! Aber ich hör dich immer noch. Das ist komisch. Das ist so bekloppt. Okay, warte. Ich ignorier das einfach mal. Warte, ich muss gucken, ich, äh, weiß schon wieder, ich weiß wirklich schon wieder überhaupt gar nichts mehr. Lieber Chat, ich hab wirklich lange nicht gespielt, deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich hier wirklich grad die Einstellung nicht finde. Oh, ich wollte dir nicht den Mittelfinger zeigen, es tut mir leid, aber gut, jetzt weiß nicht, dass es geht hier. Äh, ja, Hula, vielen Dank fürs Subscriben, Dankeschön. Wo war das denn? Ey, geh weg, das ist mein Auto, ich darf hier rein. Weg mit dir, du Arsch. Was soll das? Das ist mein eigenes Auto. Was soll das? Ich hab gar nichts getan. Was soll das? Ich hau dir... Oh, nein, 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 Entschuldigung. Ratti, komm, wir... Der hat's verdient, Ratti. Oh, Entschuldigung, das ist so beleinig. Naja, der ist jetzt eh vorbei. Oh, Touchpad gedrückt halten, hat dich ja gerade gemacht. Oh, was zur Hölle? Nein, nein! Was soll das? Ich hab Touchpad gedrückt halten gemacht. Okay, nochmal. Ah, irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Wenn ich mir den Touchpad was mache, dann will sie boxen. Warum auch immer. Okay, ich werde das mal ganz kurz umstellen. Moment, geh mal in die Einstellung, es kann sich nur noch im Jahr machen. Ach so, weil du mir den Mittelfinger gezeigt hast, ist ausgerast. Ach so! Boah, ey, dann will der. Das will der Typ einfach. Gamepad, so. Ich hab jetzt aber übrigens auch ein anderes Programm für das Pad. Es kann auch sein, dass der da irgendwie was umgestellt hat. Zeigesteuerung für zu Fuß. Per person. Okay. Fahrzeug. Ne, wir machen es zu Fuß. Dann gucken wir mal. Didi, 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 didi. Könnte ich bitte eventuell irgendwo die Standardwerte wieder herstellen? Ah, es ist wirklich furchtbar. Okay. So, wann gibt es Strapz in GTA? Die sind noch vom Mafia-Update waren die, glaube ich. Für kurze Zeit erhältlich. Ähm. Ah, meine zarten Hörchen. Es tut mir leid, bin ich echt so am übersteuern? Warte. So. Ähm. M oder Select? Genau, und Select funktioniert bei mir nicht mehr. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt absolut nichts gesehen. Okay, dann gucken wir mal, wo können wir das jetzt hier einsteigen. Oh Gott, das ist so unfassbar. Äh, Crew und Freunde. Jetzt müsste es gehen. Aber eigentlich sind wir doch Freunde. Oh, Entschuldigung. Warte. Okay, Nati, versuch mal einzusteigen. War so ein falsches Auto. Das ist so unfassbar. Geht's immer noch nicht? Nee. Hä, was soll das? Ich hab das doch gemacht. Ich guck nochmal. Also da muss Beifahrer stehen. Ich hatte Fahrzeugzugang, Crew und Freunde. Niemand bei... Ah, okay, Beifahrer. Jetzt? So. Ja. Das ist ganz komisch. Wunderbar. Musste man das immer so einstellen? Ich hatte irgendwann auch Freunde gemacht, und dann konnten auch Leute halt einsteigen, mit denen ich befreundet bin. Voll komisch. Okay, sind die anderen schon mit auf die Beifahrer? Ist das ein Server? Nee, aber ich würde jetzt ein paar Leute einladen. Einfach nur so random. Okay, ich fahr uns dann schon mal zum Klamottenladen. Du sitzt ja im Auto. Ich will dich jetzt einfach mal ganz dreifelt. Dieses Auto ist irgendwie sehr uncool. Warte mal. Wie ging das denn nochmal? Wie konnte man es nochmal... Wie ging das? Wie ging das? Mist, ich weiß nicht mal, wie konnte man das nochmal bewegen? Falls das jemand sieht. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Ich warte da immer auf den Chat. Ich bin so raus. Krass, wie raus ich bin. So, wie ist die Musik von den Alchemisten im Hintergrund? Im Self-Radio, so dass ich keine Probleme bekomme mit der GEMA. Ha! GEMA kacken! Also es müssten eigentlich einige kommen, ja. Hey! Und ihr könnt doch ruhig noch mehr Leute einladen dann. An der Crew. Hey, Baby! Komm mal rein! Warum kommt die nicht? Ja, ja, wir haben nicht genug Platz. Doch klar haben wir einen! Woher kommt ihr denn drauf gucken? Warum kommen die nicht? Hattie, warum kommen die nicht? Ich weiß es nicht. Boah, jetzt bin ich auch echt beleidigt. Hallo, ich hab gehupt! Mädels! Ich habe gehupt! Wisst ihr was? Wisst ihr, was ihr mich mal könnt? Oh! Oh nein, warte, das wollte ich gar nicht machen. Ah! Das wollte ich gar nicht machen! Ich wollte das gar nicht machen! Verdammt. Na ja, okay. Da vorne ist auf jeden Fall... Hier sind die Klamotten hier drin. Oh, die ersten sind da. Hallo, Chabos, Babos und Yuri, Lenaya und Mr. J. Ah, super! Hallöchen, Puppelchen steht da. Ich bin zu raus. Das ist mir gerade sogar echt ein bisschen peinlich. Ich setze mich gerade auch irgendwie total unter Druck. So, einmal auf die Ecke. Ich habe gerade vorhin erst mal gerätselt, hey, wie steig ich in dein Auto ein? Ja, das ist echt blöd! So für diejenigen, die das halt oft spielen, so, boah, sind die blöd. Weißt du? Man selber ist dann halt so, ach, wie war das denn nochmal? Oh, festliche Oberteile. Man kann sich die Pyjamas kaufen. Oh mein Gott, ich will gucken. Oh mein. Okay, okay, okay. Okay, jetzt kann es sich jetzt echt nur um so ein paar Stunden handeln. Nein, ich versuche mich irgendwie zu beeilen. Warum bin ich denn so? Okay, Freizeitbekleidung. Äh, iiih. Nein. Oh Gott, das ist ja echt so... Oh Gott, sind die hässlich, Natti. Die sind so hässlich. Oh Gott, wie hässlich. Freizeitbekleidung. Festliche... Oh Gott, okay, die sind schön. Ah, jetzt sehe ich die. Tannenpajama. Uh. Und dann haben wir auch irgendwas ohne Hose. Ich kann doch leider nicht... Boah, das ist schön. Oh, das habe ich sogar. Das festliche Pyjama-Oberteil. Krass. Noch vom letzten Jahr. Müsste ich gleich dann nur gucken, dass ich mir meine Unterhose halt wieder anziehe. Okay, festliche Oberteile müssen wir auf jeden Fall schon bemerken. Designer-T-Shirts. Uh. Bikinis. Oh, es gibt neue Bikinis. Ach, wie geil ist das denn? Boah, sind die hässlich. Hässlich, hässlich. Ja, hier geht's aber. Okay, dann kann ich mir auch eine neue Bikinihose kaufen. Ich gehe dann also jetzt erstmal auf die festlichen Oberteile. Werde für kurze Zeit... Äh, für ganz kurze Zeit meine Hose anhaben. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, ich werde auch wieder den hier nehmen. Jetzt gehen wir mal zu den Hosen. Da, wo die Natti auch ist. Hella von Sinn. Was ist da im Chat los? So, Bikinihosen. Jetzt zieht die... Das hat letztes Jahr funktioniert. Das weiß ich. Hülschen. Funktioniert auch nicht. Das funktioniert gar nicht, dass ich das Oberteil hier mit den Sachen anziehen kann. Ich weiß nicht warum. Mäh. Ich wusste doch, es geht. Komm. Überzieher. Nee. Ah, jetzt geht's. Okay. Bei den T-Shirts geht's. Na, den hier. Hallo. Ja, die sieht so bekloppt aus. Das ist so geil. Sehr geil. Sehr geil. Konnte man noch eine Aktion ausführen? Also so Stinkelfinger zeigen oder zum Beispiel so dieses Fap-Dingsboos machen? Ja, ja, das hatte ich gerade ja aus Versehen gemacht. Irgendwie. Wie ging das? Ja, das ist eine gute Frage. Das wollte ich ja gerade machen und da habe ich fast die Waffe gezogen. Ich glaube, hier nehme ich mal Rot oder lasse ich Schwarz oder Weiß? Bin mir nicht so sicher. Unterwäsche reicht doch. Ich bin mir echt nicht so sicher. Das ist schwierig hier gerade. Das ist sehr schwierig. Sehr schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, Schwarz passt eigentlich noch ganz gut. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ich muss hier einmal kurz wenden, Leute. Warte eine Sekunde. Sehr geil. Das haben die sich bestimmt abgeguckt. Es gab da so Leute, die haben so Outdoor-Orchester gemacht auf YouTube und exakt diese Lieder haben sie jetzt auch als Kuchen eingeguckt. Das finde ich voll cool. Okay, das ist wirklich sehr geil. Das ist echt cool. Ich habe auch schon so viele kreative Sachen gesehen. Guck mal, ich level immer, indem ich fahre oder mit anderen mitfahre. Kann ich vielleicht später kommen, weil gerade Leute bei mir sind. Ah, okay. Moment. Scheiße. Okay, weiß nicht, wie lange ich streame, aber müssen mal wieder GTA aufnehmen. So. Ach, schön. Dann fragt einer fremde Leute. 616 schreibt, er kann halt nicht in den Teamstick, weil Leute bei ihm. Wieso sind die Leute? Schreibt fremde Leute. Ja, man geht regelmäßig fremde Leute ein. Nein. Das wäre natürlich sehr geil. Wenn du das hörst, ähm, bitte, ja? Chavos Babos war das. Ja, oder die hat eine Yacht. Sehr geil. Wenn ihr wollt, kriege ich euch zu meiner Yacht. Fragt er, oder sagt er, oder die. Okay, Chavos wäre sehr geil. Oh, da hinten ist er auch schon. Ich muss nur eben Chaos machen. Okay, im Heli, ne? Machen wir das sofort. Ich würde es auch gerne sehen. Wie gesagt, ich habe es auch gar nicht gesehen. Ich möchte jetzt auch mit dem Kip-Laster auf die Achterbahn, oder oben ein bisschen. Hat jemand gerade einen Cargo-Bob und kann uns oben aufs Riesenrad absetzen? Das wäre wirklich sehr nett. Boah, das wäre richtig nice. Falls das jemand... Okay. Ich schreibe das mal in den Chat. Hat jemand kurz einen Cargo-Bob und kann... Uh. Kann uns... Höh? Och, nö, jetzt nicht. Kann uns aufs Riesenrad heben. Ich muss mal ganz kurz, ähm... Was ist denn P-16? Nein, ist du mir leid? So, dann warten wir mal kurz. Ja, die Musik kann... Gut. Ich liebe das Spiel. Ah gut, er parkt so, dass gleich wieder die anderen drauf können. Nati, warum geht's runter? Was machst du da unten? Ich wollte eigentlich gerne einsteigen. Ja, das sind jetzt auch Dinge, die passieren. Die Sache ist, wir brauchen für die Yacht, ich weiß gar nicht, wie viele drauf können, wenn Chabas nur mit dem Heli mitnehmen kann. Also Chabas, falls du das hörst, es wäre echt cool, wenn du dann so nach und nach die Leute... Ich bin, glaube ich, gestorben. Ja. Wenn du nach und nach die Leute dann vielleicht mitnehmen würdest. Super-Skills-Bahn. Ich habe gar keine Skills mehr. Es ist alles weg. Ich, äh... Ich werde mich jetzt auch, äh, nicht... Also, ich warte mal kurz. Ich muss noch ganz kurz was machen. Ich bin gerade echt ein bisschen wütend, weil ich gestorben bin. Halt die Fresse. So. Also, wir werden jetzt weiter. Wieder hier hoch. So. Dankeschön, Elfen, fürs Link posten. Ja, echt Dankeschön. Aber ich habe gerade gehört, die Crew und Sitzung. Ja, die Sitzung ist, glaube ich, voll, ne? Es läuft, ja. So. Ich warte mal hier auf die... Wo ist die Natti? Wo ist die Natti? Wo ist die Natti? Ist da die Natti? Da ist die 616. Da kommt die Natti. Ich bin gerade bei Chabos-Babos-Fam. Ja, genau. Da komme ich schon. Okay, ähm... Wie ruft man die Social Club Nachrichten ab? Äh, mit Post 1. Äh, steige in den Heli, ich nehme dich mit zur Yacht. Ähm... Kannst du alle denn hinbringen? Nach und nach? Oder ich fahre schnell zum Flughafen und hole uns noch ein paar Helis. Also noch ein... ob wir nur auf seine Yacht können, wenn er es irgendwie macht. Da... Ah. Hat ja gesagt. Ah, okay, super. Juhu. Juhu, danke. Cool. Och ja. Ich habe echt viel Lust, GTA zu spielen. Ich auch gerade. Alles klar, schreibt Lord Hebeefo gerade. Alles klar, wenn ich jemals Pan im RL sehe, wechsle ich einfach die Straßenseite. Könnte ja sein, dass er einfach so eine Shelly bekommt. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Ich habe noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich glaube, ich kaufe mir hier Geld in GTA. Boah, wie geil ist das denn? Boah, geil. Alter, verweilter. Geil. Boah, das ist so geil. Ich bin so leidisch. Nati, Nati, Nati. Ich will auch gucken. Ich will auch gucken. Oh Gott, Nati, Nati, Nati. Lass uns alles machen. Lass uns alles machen. Ja, Mann. Lass uns gucken. Oh, ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Lass mich. Boah, wie cool. Komm hier. Lass mich. Oh. Jawohl, dieser komische Drehpups. Der wollte dich aufhalten. Genau. Nein. Oh, was machst du denn da? Was soll denn was du? Fliegst da nur so rum? Boah, cool. Oh, voll dieses. Boah, ich war's wirklich nie. La, 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 la. Ist das hier? Wo ist denn, wo ist denn, ist doch irgendwo so ein Whirlpool? Oder? Das habe ich doch gesehen. Da ist doch irgendwo so. Nati, komm. Hauen wir rein. Was, 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 was? Boah, ich will Geld. Boah, 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 boah. Hier, 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 hier. Ach, da. Boah. Boah. Okay. Was muss ich jetzt machen, um mich hier, um mich hier dran zu chillen? Nicht. Okay, E. Drücke E. E? Du musst eine Seite und danach E drücken. Oh, yes. Oh, ist das schön. Oh. Da. Was? Meine, ja, das heißt die Pandora, schreibt Stefan 1-8-7. Was? Was? Boah, ist das cool. Danke an Shabos Babos auf jeden Fall. Echt vielen, vielen Dank, dass jetzt auch die Leute hier entflicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, die anderen kommen alle nach. Das ist schön. Okay. Pool Party. Sexy. Das ist schön. Oh, das ist sehr geil. Ich freue mich grad voll. Wie lässig Pandora ja auch hier einfach sitzt gerade. Oh ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wie fahren und Nati auf der Yacht ausrasten im Ikea-Spiele-Paradies. Ja, so, oh, geil, 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 ich will auch, will auch. Weil wir müssen auf jeden Fall noch reingehen und ganz viele Sachen machen, einfach ganz viele. Oh. Oh, du hast ein schönes Tattoo. Ja. Boah, es gibt bestimmt auch noch neue Tattoos. Boah, Nati, ey. Nati hat schon... Ach, guck mal, Nati, Nati einfach am Rauchen. Achso. Na ja, das Spiel, sag ich mal hier. Ich hab's gesehen. Ah, 616! Achtung, jetzt schreit wie so ein kleines Mädchen. Voll, warte mal, oh, war noch falsch geschrieben. Voll cool. Voll cool ist das. Total cool. Boah, ja, ich brauch Geld. Ich will wieder GTA spielen. Ich will wieder an dem GTA spielen. Braucht man für GTA Online für den PC wirklich einen Gaming-PC? Es wird sich anbieten, weil natürlich brauchst du... Kein... Oh, Feuerwehr? Was? War hier gerade Feuerwehr? Ja, ich hab's gehört, aber ich seh's gerade leider nicht. Oh, ich wünschte, es wäre jetzt dunkel. Vielleicht ist das ja für die anderen dunkel. Kann man hier einmal so in die Runde. Das ist sehr geil. Sehr geil. Oh. Na, na? Das kriegst du auch nicht zu, dass du gewisse Poolparty... Hä, was? Wir sind doch einfach nur... Kogi, warum immer so ein seltsamer Mensch? Ein Poolparty mit Paaren. PPP. Also jetzt sind die genug Leute, um die Düsen eigentlich auszustellen. Jetzt könnten wir den Whirlpool eigentlich uns selber antreiben. Ja, toll. Also ich war's hier gerade nicht. Ich war's... Oh. Oh. Ah. 616 fragt, soll ich jetzt in den TS? Ja, bitte. Ja, auf jeden Fall. Kannst du machen. Klaro, 616. Ich hoffe, er hat noch das Passwort. Die anderen haben ja immer das Passwort. Ich selber hab mein Passwort nie. Ich weiß gar nicht, ob ich das Passwort hab, wenn ich ja... Ist ja auch egal. Ja, hast du. Ah, okay. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr sicher, wenn man eins hat. Oh, hier steht gerade der Herr Ong Checker hat ganz zufällig die Installation von GTA 5 durch... 616! Hallo! Oh, hallo! Oh, ich freu mich so. Ich freu mich vor, dass du auch dabei bist. Oh, wie cool. Hi. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dabei bist. Und ich... Weißt du, was geil ist? Der Chat war's. Der Chat hat er die ganze Zeit... Geil. Uh. Uh. Ich hab's gesehen. Das war echt voll süß. Ich fand's voll toll. Ja. Oh. So, und jetzt gucken wir mal. Weiß? Weiß? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Was für... Das war die Flugabwehr, glaube ich. Boah, 616, wir haben gar keine Ahnung mehr. Ne? Wir sind echt... Wir sind so raus einfach. Wir sind total raus. Natti klingt einem nur so nett. Die ist eigentlich das Buch Böse. Schreibt der mit. Nein, ist sie wirklich nicht. Natti ist wirklich... Natti hat echt... Also Natti, wenn die Leute in der Stimme haben, dann denken sie die echt immer so... Oh. Aber ist sie auch. Ist sie auch. Ja, 616,5 ist hier übrigens gerade im Chat. Ganz viele Herzen für dich. Ja. Oh, danke schön. Na. Und ich hab... Das ist super niedlich. Das ist echt super niedlich. Und ich hab ja gerade nochmal gehört, dass der Herr Unk gerade auch noch... Das wäre übrigens auch noch geil. Wenn der mal irgendwann GTA-Stream macht, ne? Werde ich betteln, dass ich dabei sein darf. Und Natti musst du so wie ein Crew einladen und sowas alles. Und das wäre auch mal wieder ganz cool. Ich würde mich auch voll freuen, wenn er jetzt hier mitmachen könnte. Und so wie GTA. Ja, sehr wirklich schön. Oh, meine Augen lassen die den nicht. Ich verlob. Mampfnudel möchte dein Freund sein. Es tut mir leid. Ich nehme bei GTA. Keine Ahnung, bitte nicht böse sein. Boah, wie geil ist diese Yacht, bitte. Hm, wie geil ist das mit der Deutschland-Flagge da? Wie heißt sie denn? Oh, weiß ich gar nicht. Kann man das irgendwo sehen? Das steht da unten, ja. Warte, der 16 guckt gerade nach. Sie heißt... Erlin Spandau. Oh. Kenn ich sogar. Ach, wie cool. Huch! Okay. Hier passieren Dinge. Ich finde es aber immer noch schade. Ich kann es natürlich irgendwie verstehen hier, deswegen sprechen soll. Ich finde es immer noch schade, dass es keine Tiere gibt in GTA Online. Also gerade mit den Haien und so könnte man bestimmt ganz coole Sachen machen. Das ist echt schade. Da weed fehlt noch. Einhörner? Ja. Aber ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Einhörner wäre natürlich auch sehr. Also ein Einhorn würde ich mir sofort zum Roboter-Einhorn. Wäre ganz cool. So, bunter Rauch aus dem Po kommt immer. Na, okay. Genau, das. Ja, auf jeden Fall. Ein Einhorn. Hier steht Barthähnchen-Furt. Wieso Barthähnchen? Was? Was zur Hölle? Wahrscheinlich Barthähnchen-Furt. Ja, deswegen finde ich ja Barthähnchen ganz lustig. Es passt auch total. Barthähnchen. Leute wollen sich hier wegen Spandau. Ah, hier steht noch Pan. Guckt ihr das Ding von innen an. Machen wir gleich auf jeden Fall. Machen wir. Ameisen 23 war Stefan Raab, oder? Ich glaube, Saraz hat das mal erzählt. Nein! Bitte glaubst du, hast du auch nicht immer direkt. Nee, 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 nee. Ich glaube, der hat gar keine Zeit, GTA zu spielen. Aber Ameisen 23 war auch. Ich glaube, das war... Wir haben letztens noch geguckt. Natti, weißt du, welche Folge das war? GTA 23 war das, glaube ich, oder? Mit Ameisen war die 13, glaube ich. Ah, die 13. So früh. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Natti, sollen wir uns mal die Yacht von innen angucken? Ja. 616 hast du eigentlich... Ich meine Carlet, entschuldigt. Ach, ich bleib bei 616. Hast du eigentlich auch eine Yacht hier? Nee, das kann ich mir nicht leisten, leider. Es ist echt sauteuer. Es ist zu teuer. Ah, so kann ich aufstehen. Und... Plupp! Bin ich wieder angezogen, zumindest oben rum.